hallo und liebe grüße ihr seht hier nun genähte deko artikel und zwar haben wir eine kuh aus patchwork stopp mit gehägelten augen und mund und nase daneben haben wir ein rot-weiß kariertes kissen mit einem elch in leder optik und rechts seht ihr eine katze genäht auch in patchwork optik mit gehägelter nase und knopf augen das war auch eine neue deko idee von mir und vielleicht gefällt es euch und schreibt mir was dazu und dann könnten wir das auch zusammen mal machen ansonsten wünsche ich euch nun einen ganz tollen und spaßigen tag tschüss und dann können wir das auch bis jetzt wiedersehen und dann können wir die Ecke auch mal bemerken und dann können wir uns jetzt mal bemerken wir können dann die Ecke auch mal bemerken die Ecke auch mal bemerken Untertitelung des ZDF, 2020